Hallo? Ja? Welchen Creator-Code hast du eingetragen? Hm, der Creator-Code, der heißt Addi. A-D-D-I? Ja. Alles richtig gemacht. Und du folgst mir schon auf YouTube? Natürlich. Dann würde ich dir jetzt einen Dash in den Battle Pass schenken, wenn du ihn noch nicht hast. Willst du den haben? Gerne. Also, ist es deine Entscheidung? Nee, ich schenke ihn dir gerne. Du hast den Creator-Code auf Süß drin, du hast abonniert. Deswegen dickes Dankeschön. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hast du bekommen? Und nicht dein Ernst. Hast du bekommen? Ja. Freut mich sehr. Ey, danke. Und wenn ich dir jetzt auch einen Gratis-Battle Pass schenken soll, dann guck in die Kommentare. Da ist der Link zu meinem Discord, wo es den Gratis gibt.